Hallo, Deutsch-Oberstufe 1, Lektion 88, Werben mit der Vorsilbe über. Heute wiederholen wir ein paar wichtige Ausdrücke aus dem Lesetext und wir üben natürlich Schreiben. Wir fangen an mit die meisten davon. Also, bla bla bla, 어떤 이야기, 그 중에 대부분의, 이렇게 생각하시면 돼. Zum Beispiel, ich hab schon viele Bücher gelesen, 난 이미 많은 책들 읽었어요. Die meisten davon, man, romane, 이 책들 중 대부분의 책들은 소설였어요. Der Roman, romantik halte, 사랑 이야기는 아니겠지? 보통한 소설, der Roman, 입니다. 같은 느낌으로 뭔가 만들면, zum Beispiel, ich habe viele Schüler, 난 많은 학생이 있어요. 그대로, die meisten davon wollen später, 이따가, 뭘 하고 싶어요? in Deutschland studieren, 난 많은 학생이 있고, 굿 중에 대부분의 사람들이, 이따가, 독�에서 유학하고 싶어요. 대학교를 가고 싶어요. 같은 느낌으로, ich habe viele Schüler, die meisten davon sind Frauen, 여성군이 많죠. 남자가 조금 있겠지만, 그래도 한 20% 남자, 80% 여자, die meisten davon sind Frauen. Oder, ich habe viele Schüler, die meisten davon studieren, musik oder kunst, also 음악이나, 예술, 미술, 전공으로 하는 학생분이 많죠. ich habe viele Schüler, die meisten davon studieren, musik oder kunst. also, 예술, 미술, die kunst, musik, 음악, 그대로. 여기서는 어떤 직업 이야기, 어떤 전공, 전문 이야기 할 때는 관사는 안 씁니다. die Musik, die kunst, aber studieren die Musik이 안 돼요. 보다 비슷한 이야기, ich habe 물건이 많죠, 그죠? 이번에는, ich habe viele, Probleme, 많은 문제가 있어요. die meisten davon haben mit Geld zu tun, a hat mit B zu tun, a는 b랑 어떤 관계가 있어, 어떤 상관이 있어. 난 많은 문제가 있는데, 그 중에 대부분의 문제들은 돈에 관한 이야기야. 나 남자, 아니면 남자의 경우는, ich habe viele Probleme, die meisten davon haben mit Frauen zu tun, 이런 사람도 많겠지, 굳소? oder, ich habe viele Probleme, die meisten davon haben mit meiner Arbeit zu tun, also, 내 일권한 이야기, 이런 문제가 많아요. oder, zum Beispiel, 조금 더 좋은 이야기, ich habe viele zielen한 목표가 많다. die meisten davon werde ich mit Sicherheit, minu yi, mit Sicherheit, hoaxi lha ge, gut, bald schaffen, schaffen, Ich habe viele Ziele, die meisten davon werde ich mit Sicherheit bald schaffen. Die meisten davon werde ich mit Sicherheit bald erreichen. Ich habe viele Ziele, die meisten davon werde ich wahrscheinlich aber nicht erreichen können. Die meisten davon werde ich mit Sicherheit bald machen. Teilweise. Also, die meisten davon sind teilweise Pissot, aber teilweise ist dann Z.B. viele Meinungen, die auf sozialen Medien geteilt werden, die auf sozialen Medien geteilt werden, sind nur teilweise richtig. Also, so, 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 Ich habe die Grammatik nur teilweise verstanden. Ich habe die Grammatik nur teilweise verstanden. Oder Teilweise 로 시작하면 Teilweise 나는 viele Leute nur wegen einer Prüfung Deutsch. Also, 많은 사람이 아니겠지만 그래도 일부 사람들 부분적으로 많은 사람들이 오직 어떤 시험 때문에만 독일어 공부하고 있어요. Also, so, 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 ich kann deine Meinung, 여기는 인정하자. Z.B. Teilweise Verstehen, Nii Wiegion 부분적으로 이해가 된다. Diese Idee, die Geschichte ist ja im Moment immer wieder okay. In Sonia. Z.B. 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 I.B. z.B. 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 Das was du gerade gesagt hast ist nur heilweise richtig, es gibt nämlich auch andere Statistiken, die belegen das was du gerade gesagt hast ist nur teilweise richtig, es gibt nämlich auch andere Statistiken, es gibt nämlich auch andere Statistiken, die belegen das viele Leute blablabla machen, also so viele Leute blablabla machen, also gibt es so, 아까 네가 했던 말이 부분적으로만 정답이야. 그래서 이렇게 혹시 말할 수 있으면 C1 토론도 완전히 완벽해. Oder 자기 생각, 자기 의견 조금 복잡하게 표현할 때는 teilweise bin ich schon der Meinung, dass Familie und Kinder wichtig sind, trotzdem bin ich 동시에 gleichzeitig davon überzeugt, dass heiraten die meisten Menschen unglücklich macht. Oh, 현실적인 느낌 많이 들었지, 그쵸? teilweise bin ich schon der Meinung, dass Familie und Kinder wichtig sind, 부분적으로 나는 알아요. 가족이나 아가들은 중요해, 사회적으로 필요하죠. 중요한 얘기, 맞지, 맞지, 안심, 안심, 그래서 화내지 마, 나는 이렇게 생각하니까. 그래서 이 Show는 zwar 인정, 그리고 상대방 안심시키는 역할이 있어요. 그래도, trotzdem bin ich gleichzeitig davon überzeugt. Gleichzeitig ist immer 동시에. Von etwas überzeugt sein, 진짜 강하게 100% 이렇게 생각해. 어떤 확심이 있어요. 뭘, dass heiraten, 결혼하기, die meisten Menschen, 대부분이 사람들 unglücklich macht. 행복하게 만들다. 반대말이죠. unglücklich machen. 불행시키다. 불행하게 만들다. 결혼하면 많은 사람이 행복하지 않다. 그래도, 나는 가족이나 아가들이 중요하다고, 부분적으로 생각해. 그래서 딱, 난 이런 입장이야. 딱, 이런 위견이야. 이렇게 강하게 말 못하는 경우 많지, 거죠? 그때는 teilweise, glaube ich, teilweise, denke ich, 이런 표현만이 수면 되게 treuer. 다음은, sich bezahlen lassen. 이거, Wimi-san 많이 모츠게 치만, 그래도, treuer 갖춘 Wimi-우리가, O-Ringga, 병원하고 싶어요. pis-san 이야기하고 싶어요. 내가, 반대로, 상격수치다. 내가, 나는, 내, 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 categories 내, 내 structure 내 submitted 내 maternal 내hin und garo치는 방법은, отлич? Qualitative. Die Qualität. Boom. Hat von Qualitat. G schwertig. Neocre. G nur15 Zu. Also, g funhtil trong dir. Also, necchiozeh-la-garozi-nun-방gob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob-Hob. Ich muss sagen, dass ich so viel Geld bezahle. Ich muss sagen, dass ich mir etwas teuer bezahle. Zum Beispiel Luxusmarken. Die Luxusmarken lassen sich ihre Produkte teuer bezahlen, auch wenn sie nicht immer Qualität überzeugen. Überzeugen? Soltuk하다. 어떤 제품, 어떤 물건을 Qualität überzeugen 하면, 이 물건의 품질은 우리 Soltuk는 시킬 수 없습니다. 즉, 품질이 별로. Luxusmarken lassen sich ihre Produkte teuer bezahlen. 명품 만드는 회사, 이렇게 여기서 생각하시면 돼. 이런 회사들이 자기 제품을 비싸게 팔다. Auch wenn 하고 있더라도, sie nicht immer Qualität überzeugen, 자기 품질이 항상 좋지 않더라도, 비싼 요금, 비싼 가격을 요구한다. 자, 또는 이야기 말고, Politik 이야기도 할 수 있어. Zum Beispiel, der Koalitionspartner, 자, 여기는 어떤 당 이름을 하면 되니까? 독일 이야기하면, 예를 들어, der Koalitionspartner der, 요즘은 SPD가 제일 강하니까, 우린가요? Der SPD hat sich seine Kooperation und die Koalitionspartner der, wir sind immer wieder mit der Koalitionspartner der, wir sind immer wieder mit der Koalitionspartner der Koalitionspartner der, Das Team ist Coalitions-Denugier. Also, hier ist SPD-Denugier. Aber sie sind nicht so, keine Be-Dang zu förbauen. Die Be-Dang wird Cooperation-Denugier, das müssen wir auch werden. Das ist dann, was die Coalitionspartner-Denugier, ist es wirklich nicht mehr, was wir wollen. Aber wir haben diese Be-Dang-Demierungen, wenn das OK-Denugierungen geht, dann wird es darum, Die Koalition haben sich ihre Kooperation mit der SPD-Fraktion mit der SPD-Toi abbezahlen lassen. Es ist ein bisschen schwierig, aber in diesem Level, ihr müsst auch die Selten, die News, die die Politik, die Politik, die Politik, die Politik und die Politik, die Politik und die Politik, die Politik und die Politik. Let's make a little more real-to-bar. Auch wenn ich mir meinen, das ist, die Sprache, meinen Unterricht eigentlich teuer bezahlen lassen wollte, Muss ich trotzdem viel zu billig unterrichten, da die Konkurrenz sehr groß ist. Auch wenn ich mir meinen Unterricht eigentlich teuer bezahlen lassen wollte, muss ich trotzdem viel zu billig unterrichten, da die Konkurrenz sehr groß ist. Auch wenn, auch wenn ich auch immer wieder habe, ist, dass ich eigentlich ein bisschen viel zu billig unterrichten habe, ist, dass ich eigentlich ein bisschen viel zu billig unterrichten habe. Warum muss ich das? Die Konkurrenz, die Konkurrenz, die Konkurrenz sehr groß ist. Also, Tarun-Sonsen-Mimang-Kita-Mune-Pisan-Suob-Yon-Vulkan-Uge. Auch wenn ich mir meinen Unterricht eigentlich teuer bezahlen lassen wollte, muss ich trotzdem viel zu billig unterrichten, da die Konkurrenz sehr groß ist. Als nächstes, üben wir Klappen, etwas klappt. Ja, das Vorstellungsgespräch hat, glaube ich ganz gut geklappt. Also, das Vorstellungsgespräch hat, das Vorstellungsgespräch. Ich glaube, es hat eine sehr gute Frage gemacht. Hat die Arbeit gut geklappt? Ist das schon alles gut? Ja, Sie hat gut geklappt. Also, das ist ein bisschen. Gerade ist ein bisschen viel zu billig unterrichten, sondern, wenn man den Prüfungen gut geklappt hat, ist, dass der Test gut geklappt hat. Ja, die Prüfung war in Ordnung. Die Prüfung war Okay. So auch die Antworten. Nichts klappt, also 아무것도 잘 안된다, 다 실패. Egal, was ich mach oder was ich mache, 내가 뭘 해도 상관없어요, 뭘 하고 있더라도, es klappt einfach, 그냥 아무것도 잘 안된다, nichts 우정 때문에 안된다, 성공 못한다. Wenn man viel Geld hat, dann klappt es auch mit den Frauen, wenn man viel Geld hat, dann klappt es auch mit den Frauen, also Wenn man viel Geduld hat, dann klappt es auch mit der Grammatik, oder wenn man viel Sport macht, dann klappt es auch mit der Diät. Dann klappt es auch mit dem Salpeki abnehmen, das abnehmen, wenn man viel Sport macht und weniger isst, dann klappt es auch mit dem abnehmen. Oder, wenn man viel Geld hat, dann klappt es auch mit der Diät. Ich weiß überhaupt nicht, wie das eigentlich klappt es auch mit der Diät. Ich weiß überhaupt nicht, wie das eigentlich klappen soll. Studio unul Matsumako sich lohnen. A lohnt sich. Also, bla 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 하면, 이게 된다, 의미가 있어, 아니면 시간 때문에 가능하다. Zum Beispiel, in Cafés oder bei Schülern zu Hause Unterricht zu machen, lohnt sich für mich überhaupt nicht. Deshalb unterrichte ich nur über Zoom. Also, 어떤 커피숍이나 학생들 집에서 수업하는 것은 나의 경우 für mich 하나도 의미가 없어요. 왜 의미가 없어, 돈 때문에 줘, 아니면 시간 때문에. Zum Beispiel, Odinga 가야 하죠. Dann brauche ich die Zeit für die Fahrt. Die Fahrt. Im Café muss ich natürlich einen Kaffee kaufen. Das kostet mich Geld. Dann mache ich den Unterricht. Daumen vor dem Unterricht und nach dem Unterricht unterhält man sich ja. Das heißt, man redet. Das bedeutet, ich muss viel Zeit benutzen. Dann muss ich zum nächsten Schüler fahren. Dann habe ich wieder die Fahrtzeit. Und ich muss mich nicht mehr in den Kaffee machen. Kutemune nanu, über Zoom. Mitrangkatsumomek. Tongshin mitnun 항상 über. Zoomuro, 수업, bake, anhanda. Deshalb unterrichte ich nur über Zoom. So, 시간 나이도 이로 켜만 주세요. Zum Beispiel, Uriga 수업 halte. Wir machen Unterricht von 14 bis 15 Uhr zum Beispiel. Jetzt ist es 14.57 Uhr. Wir haben noch drei Minuten. Kurotamion, es lohnt sich leider nicht mehr, Munga etwas Neues anzufangen. Wir haben noch drei Minuten. Kuroso, es lohnt sich leider nicht mehr, etwas Neues anzufangen. Oder zum Beispiel, wenn ich für diese Arbeit nur 1000 Euro bekomme und dafür dann jeden Tag zwei Stunden fahren muss, dann lohnt sich das gar nicht, gar nicht überhaupt nicht. Oder noch ein bisschen traurig vielleicht, du kun ja geht dasi. Für viele Studenten lohnt sich. Und sich ein Kunststudium leider nicht, weho. Da sie kugosuro damit oft keine gute Arbeit finden können. 많은 학생의 경우, Student, immer 대학생, also 대학교 다니는 사람, lohnt sich ein Kunststudium, 예술, 미술, 전공, leider nicht. Also, 이렇게 예술, 미술, 대학교에서 공부하면, 안타깝게도 의미가 별로. 왜요? Da sie damit, 이런 전공으로, oft keine gute Arbeit finden können, 많은 경우, 자주 좋은 일자리는 못 얻어 finden können, 받을 수 없고, 잘 줄 수 없고. 어떤 친구가 뭔가 했을 때, 우리가 어땠어? 의미가 있었어? 잘 됐어? 이렇게 물어보고 싶으면, hat sich das am Ende 마지막으로 결국은 am Ende für dich, 너의 경우, für dich und 그대로 gelohnt. Hat sich das am Ende für dich gelohnt? Ja, das war ganz ok, ich hab genug Geld verdient, zum Beispiel. 같은 느낌 우리가 상담하고 싶을 때 이런 표현을 많이 쓸 수 있어. 네가 어떻게 생각해? Glaubst du, koma, dass es sich 나의 경우 für mich lohnen würde 지금 우리가 상담하니까 아직 아무것도 시작 안했어요. 상상이야. Dass es sich für mich lohnen würde, koma, zum Beispiel in Deutschland zu arbeiten. 그래서 일하는 거 만약 이렇게 하면 이거 이기 있을까요? 네가 어떻게 생각해? 나의 경우는 어떻게 생각해? 나의 경우는 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? 네, 이렇게 생각해? 네. 그래서 우리가 war es noch beim Lernen. Tschüss!